Herzlich Willkommen Freunde zu einem neuen Video aus Istanbul. Ich starte meinen Tag heute mit einem türkischen Kaffee. Ich schaue euch das mal an. Das wird hier zubereitet in solchen schönen Kupferbehältern auf Kohle. Normalerweise haben die auch vielleicht manchmal sogar so heißen Sand. Hier wird es gerade mit Kohle zubereitet. Vorher sagt ihr auf jeden Fall, wie viel Zucker ihr drin haben wollt, wenn ihr überhaupt Zucker drin haben wollt und dann bereiten die das zu. Wir gucken uns mal gleich die Präsentation an. Und zum Frühstück gibt es vielleicht noch Gözlämme. Ihr habt gesehen, die machen hier die frischen. Da gibt es eine alte Dame, eine ältere Dame, die das alles hier zubereitet. Schaut mal her. Es ist auch ordentlich viel los hier. Ein bisschen hektik hier, aber das ist halt der Orient. Ich glaube, meine Sachen sind schon angekommen. So Freunde, unser Food ist angekommen. Wir haben Gözlämme mit Spinat bestellt. Das sind eigentlich so Teigtaschen, die ein bisschen befüllt werden. Und man sieht, wie es hier so ein bisschen zusammenrollt. Ein kleiner Snack, so on the way. Wir sind jetzt nämlich gerade hier an dem Hafen, von wo aus man auf die asiatische Seite fahren kann. Und die Fähren gehen auch noch mal kurz über die Brücke. So, Freunde, so sieht unser kleines Frühstück-Setup aus. Wir haben türkischen Kaffee, wunderschön präsentiert hier in diesen alten Porzellan-Dingern. Dann haben wir unsere Gözlämme. Man rollt die hier so ein. Das ist eigentlich wie so eine Art Pfannkuchen mit Spinat oder so. Ein bisschen hektik hier. Wir sind gerade am Hafen, aber das macht auch den Orient so ein bisschen aus. Und heute ist unser Plan, in den großen Bazar zu gehen und uns ein bisschen Klamotten einzudecken. Weil ich habe nur Handgepäck dabei. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall zumindest Unterwäsche, Socken und vielleicht noch mal ein, zwei T-Shirts. Und mal gucken, wen wir da so antreffen. Cheers! So, Freunde. Kaffee ist finished. Ich glaube, es kostet ungefähr 180 Lira. Ich glaube, vorne bezahlt man. Let's see. Ich glaube, das nicht. Ich habe das nicht. Das sind wir ja noch gar nicht. Ich habe gesagt, das tight. Ich habe die Amazon. Ich habe das mit der Sie? Ja, keine Kaffee? Ja, keine Kaffee ist. Ein bisschen Kaffee ist es mit? Nein, kein Kaffee. Ja. Es ist oart? Es ist es? Normal. 80 80, es ist 160 km. 200 Euro, 230 Euro. Englisch? 200 Euro. 200 Euro. 200 Euro. Wie lange kostet? 180 Euro. 162 Euro. 1 Kaj, 230 Euro. 10 Euro, 10 Euro. 10 Euro. Es ist so voll. Nicht normal. Geisteskrank. So viele Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das hinter mir seht. Vor mir so viele Leute. So viele Geräusche. So viele Eindrücke. Passivrauchen ist auch am Start. Und ich muss erstmal klarkommen. Bisschen auf das Ganze. Und dann schauen wir, ob wir was finden. Wir brauchen Boxershorts, Socken, vielleicht noch ein, zwei T-Shirts. Let's see. Bazar Hunt. First time. Leute, ich sag's euch. Ich war ja schon öfters mal im Orient. Aber ich hab noch nie so ein Bazar Ding gemacht. Da brauchst du erstmal richtig Urlaub. Ohne Spaß. So viele Eindrücke. So viele Gerüche. So viele Anlabereien. Aber schon ein bisschen interessant. Aber wie gesagt, ein bisschen viel auf jeden Fall. Viele Eindrücke. Und bisher hab ich auch nie irgendwas cooles gefunden. Muss ich mal schauen. Also ich hab schon ein paar Kevin Klein Boxershorts gefunden. Aber mal gucken, ob wir auch einen guten Deal bekommen. Ich hab gesehen, 150 Turkish Lira sind 5 Euro. Ist okay. Für Originale. Nee, Originale kostet glaube ich 40. Ja, mal schauen. Ja. Was sie finden. Ja. Hier, Boxershorts. Aber ich will nur Weiße. Ja, Boxershorts. Ja. Ja. Kevin Klein, but white. And extra large. All black. All black, all white. All white or all black? All black, all white, no. All black, all white, no. No? No, yes. Okay. This is black and grey. All white. How much? Euro-Lira. Lira? 450 Lira. How much? 150. 150. Danke. Outrage. This is an Outrage. 450. Oh, jetzt komplett abziehen. Nee, nee, nee. Nicht mit dem Krüger. Not with me, guys. Agatosh, do you have a Boxershorts? Yes, yeah. The Kevin Klein? John Klein, yes. Only black and only white? Yeah, black, white and grey. Only white? Only white, no. Huh? This is black, white and grey. Mix. Okay. How much is one pack? This is normal price. 350. 300 is okay. 300? That's a lot. I already saw 150. Where is? Downstairs. Street. Topton is my father. Topton price is 250. Okay. Yes, this is the picture is same, same. This is the computer. Yeah, okay. This is the material designer. Can I check? This is yours. This one here. This one here. Yes. Yes. It's okay. I see Aberkombi. It's all the same price? Yes, yes. Are you from? Germany. 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 You're from your father Turkish. My father Turkish. Maybe? No, no. It's not Turkish. polonia polonia yes a little bit maybe a little bit brother uh how much if i take two package yeah yeah make good price i saw 150 let's make 400 400 500 is really good 400 is really good 450 the epic yeah okay let's go which one size uh extra large i think i have yeah kevin klein and ever comey and to all let's make better price do you have socks as well okay but good socks uh thick socks this is extra large let me check first i check quality quality check important because i don't like um polyester you know this is no no this is wool but this is better this one this one is more soft only same this is called color color point color okay but it's more soft this is uh same same material okay same material yes okay do you think it will fit extra large this is the stretch stretch okay no problem okay then i go for this one i can put it inside uh socks yeah but thick socks really thick socks not not like thin now the material is not thin you know it's a big like a lot of wool cotton yeah cotton yeah so uh this is the polyester is a big like a lot of wool cotton yeah okay 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 thanks a lot bye bye Leute, ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich bin nicht nass geschwitzt bei dem ganzen Verhandeln war jetzt auch nur ein Deal den ich geschlossen hatte tatsächlich wäre es wahrscheinlich noch günstiger gewesen wenn ich noch ein bisschen weiter rausgegangen wäre aber im Bazaar lohnt es sich wirklich gar nichts zu kaufen weil es so überteuert die hauen da nochmal extra eine Schippe drauf und ich meine, das sind eh nur Fake-Klamotten ich brauchte jetzt nur ein paar Boxershorts ich habe Socken jetzt nicht mehr geholt weil Socken habe ich sogar mal gucken, ob wir vielleicht noch ein T-Shirt oder sowas finden aber ich will schon irgendwie das soll so ein bisschen komfortabel sein muss ja nicht irgendwie eine Marke oder sowas draufstehen aber ja, wenn ihr irgendwas kaufen wollt dann geht auf jeden Fall außerhalb des Bazaars ist definitiv ein bisschen günstiger und vor allem nicht so viel Trubel Junge, Junge ich muss gleich erstmal Urlaub einlegen nach dem ganzen Ereignis oh my god übrigens habe ich gerade noch unten so einen Remover-Koffer gesehen ich bin mal gespannt was der hier kostet der sah nämlich gar nicht mal so schlecht aus gehen wir mal kurz runter und gucken okay 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 Dankeschön. Ich kann das Rimova zeigen. Grüß dich. Rimova ist dort. Vielleicht neue. Okay. Ja. Neu ist okay. Neu ist okay. Okay. How much lira? 25.000 lira. 25.000 euro? 800 euro. 800 euro. It's almost original. Original. No, this is Czech original. No, Rimova. German. No, this is not original. 800 is really much. Small. Yeah, maybe 600. Okay, okay. But original, I go to Germany. I go original, but used. Like, you know, it's 800. Yeah. This size. This size, it's a thousand. New, I have one, original. But I want small one. But the 800 is... Even for this, it's too much. Thank you. How much cheap price? Maybe different shop, cheap price. Okay, yeah, let's see. Oh, Jungs, it's so schwer, irgendwas to film. Ich habe gerade noch eine coole Interaktion gehabt mit jemandem, der da Rimova-Koffer verkauft hatte. Aber 800 Euro wollen sie für so einen Fake-Koffer haben. Das ist schon echt übel zappig. Ich finde sogar, weiß nicht, über 100 ist sogar ein bisschen too much. Aber was weiß ich schon. Auf jeden Fall lassen sie sich nicht hier filmen. Das ist ein bisschen traurig, weil, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich geschiss, dass man irgendwie die exposed auf Vox oder so. Aber, ja, auf jeden Fall interessant. Aber auch ein bisschen too much für mich. Ich schau mal, ob wir hier noch sonst was uns rein snacken können. Und vielleicht finden wir ja noch die ein oder kleine... Vielleicht finden wir ja gleich noch die ein oder andere Kleinigkeit, die wir uns hier noch besorgen können im Bazaar. So, Guys. Wenn ihr hier mal auf dem Bazaar seid, dann müsst ihr unbedingt mal auch in so kleine Seitengassen reinschlendern. Hier seht ihr dann solche alten, schönen Gebäude. Hier ist so ein kleiner Innenhof und die verkaufen hier Schmuck. Ich glaube, das ist sogar echter Schmuck mit Diamanten und Silber. Hier gibt es ganz viele Goldschmiede, die das dann auch anpassen. Ohne Marken oder sonst was. Aber das ist, glaube ich, der Real Deal. Wenn ihr hier tatsächlich mal auf dem Bazaar seid, irgendwas besorgen wollt, dann geht immer so ein bisschen abseits von dem ganzen Trubel. Und dann findet ihr was. Oh, guckt euch das mal an. Kitties. Und die haben natürlich auch schon wieder was zu essen. Die Kleinen. Süß. Ich muss sagen, die Türken, die passen wirklich auf auf ihre Vierbeiner, die draußen rumlaufen. Finde ich echt toll von denen. Die geben denen mal Essen. Es gibt hier viele Spendenmöglichkeiten. Und wenn ihr ein bisschen vom Trubel rauskommen wollt, aus dem Bazaar, dann empfehle ich euch, einfach mal in so ein paar Seitenstraßen reinzugehen. Das sieht echt fantastisch aus, ne? Was für ein altes Gebäude auch. Wer weiß, wer das schon mal angefasst hat. Hier ein alter Tresor. Wahrscheinlich werden hier die Diamanten gelagert. Alles klar. Das ist gut. Wie ist es? Ja. Wie ist es? Wie ist es? Ich bin Burak. Ja. Insofern Burak, hast du ein office-Bag für Menschen, oder diese zu groß? Nur Laptop. 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 Insofern. Da habe ich den ganzen. Und die wurden nur durchlebt. Das hat sie genauso ville喔. Wie haben eine Hylfigure? Oder? Tomy Hylfiger, ja super. Tomy Hylfiger tidak. Tomy Hylfiger, nicht barlich! Ja, aber wenn man ihn also zugeżylt hat, mit Although es besser entfernt wird, sogar weniger barat. Yeah. Vou Спackelt einen viel Probleme. Ah, ok. Sie interessieren ihnen viel damit. Unser divers ist jetzt ein altes Gebäude! Von Deutschland? Ohhh! Ähh, Ich denke, Düsseldorf. Düsseldorf. Ich komme in Berlin, Berlin. Berlin? Ich mag nicht Berlin. Berlin ist schuldig. Big, schuldig. Ich mag nicht Berlin. Düsseldorf ist besser. Ja, ich mache ein Video. Ein YouTube Video. In Istanbul. Wenn du willst. Ich habe eine gute Qualität. Okay. 1 zu 1. 1 zu 1. 1 zu 1. Okay. Ja, aber jetzt muss ich nur ein Bag. Wenn du öffnest? Morgen? Heute habe ich keine Zeit. Ich muss auf Instagram gehen. Ja, okay. Morgen öffnest du? Ja. Alles öffnest? Nur Karambazak. Ja, okay. Mein Instagram. Kruger. Germany nice. Germany nice, natürlich. Ja, ich liebe Germany. Ich habe viele Frauen. Du hast viele Frauen? Nein, ich habe viele Frauen. Wirklich? Du bist ein Playboy? Ja. Oh mein Gott. Danke. Wo haben wir Frauen? In Berlin? Berlin? Ja. Warum? Du bist nicht gut. Du bist nicht gut? Ja. Du bist nicht gut. Ich bin normal. Du bist nicht gut. Warum? Ich bin cheap. Du bist gut. Du bist gut. Danke. Warum? Warum denkst du das? Du bist gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ja, natürlich. Nein, nur eine. Ich will nur eine. Wo bin ich von? Ich bin in Deutschland. Nein, eine Frau. Eine Frau? Ja, auch in Deutschland. Ja, in Deutschland. In Deutschland, die Leute sind gut. Original. Ja, das ist gut. Original. Tea, coffee, chai. Let's have tea. Tea. Just tea. Okay. Ist es okay? Film? Video? Ja. Nein. 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 Ein Mann. Nein. Nein. Tada. Ich bin eine Herrsler. Tau Attack, fah来 hier. Ich bin übel. Und du sitz. Düber? Komm. hoo, sitz los. Ich will nicht allein w emprest. Musik. Nein, keine Musik. Ich hatte kein Geld от YouTube. Sicht keine Musik. Keine Musik. Ig 잘못. Nein, ich kann nicht Geld von YouTube bekommen, wenn ich Musik spiele. Du hast mir kein Business gegeben. Wie ist Business hier? Gut oder nicht? Warum? Aber jetzt nicht viele Touristen. Nicht viele Touristen, okay. Nur die Türkeischen Leute kommen. Ja, ich verstehe. Merhaba, Amur. Ich bin ein, ich bin ein, ich habe etwas Sprechen. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Daher kommen Sie von? Absehbar? Absehbar. Absehbar. Absehbar, das gute Qualität. Absehbar. Abatoye. Abatoye, ja. Alles ist so viel. Nein, das sind für uns nicht. $300,000? Das ist nicht so expensive. Ich gehe zum Bazar, wie das. Ich weiß nicht, sie sagen 300. Ich bin, was die Fache. Das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Er ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. 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 Das war, ich glaube, 400. für das. Dollar. Grand Bazaar ist verrückt. Nein, das ist 1,000 Lira. 800, 700 Lira. Aber in Bazaar, sie sind verrückt. Das ist gut. Ich mache Business für dich. Ja, das ist gut. Nein, Grand Bazaar, du gehst nicht. Das ist verrückt. Ich verrückt. Ja, aber du verrückt, das ist nicht so schwer. Ich arbeite heute mit dir. Das ist 100 Lira. Wie viel Euro? 3 Euro. Ja, aber es ist nichts. Es ist nur eine Bazaar. Nicht nur Louis Vuitton. Nein, das ist nichts. Das ist 50 Cent. Das ist wirklich? Oh. Für ihn? Hier geht's. Gift. Wasser. Von ihm. Ja. Und du auch. Ja. Heute arbeite ich hier. Das ist der große Bazaar. Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Meine Wannele? Patrick yeah he already showed me bro what's up yeah this is hey from Germany from Germany you want to check my inside yeah but first I have to work what time what time you finish working no working no for you not working I close that I want to work I close yeah make it close hi Patrick hello nice to meet you nice to meet you you sent me WhatsApp to write me I sent you WhatsApp no I've never been here before Patrick Patrick thank you so much I'm glad I'm not lady okay wow nice things thanks another big boss hello merhaba actually you have the removal luggage everything I think only Dior Dimo is finished no I have that one okay let me see okay you see me yeah let's check but slowly yeah let's put it here oh this one well it's a small one let's first test this one it's really good it's actually like original the rolls it's really nice yeah not of course let's check open I really like it I have it one at home you know yeah real one but the big one yeah it's good this is even like the real one yeah yeah do you know it's from Germany remover is from Germany it's a real here cologne see cologne yeah how much is this it's one thousand dollar bro you're joking off camera off camera I don't joking nah it's not one thousand I'm sure 100% not super cocky no one thousand is the original one thousand two hundred it's not it's too expensive but off camera you tell me price what else you got the watches watch is finished you know I have so many but this finish look here for watch 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 Patek Philippe Hublot but this is like a cheap fake you have better it's better this is good fake yeah okay but what kind of inside is there check it out it's a Swiss Swiss sure super actually it looks really good nice look check it look check it okay what kind of watch you wear you have Rolex oh yeah I have so many but this finish you know I sell don't have so many business this is automatic yes everything automatic everything automatic I have just one pieces Cartier not automatic okay okay let's see how the seconds are working do you want the right one off camera price off camera price 270 dollars 270 dollars for automatic watcher let's go here man bags lady bags shoes yeah okay okay let's go it's my best shirt let's see actually maybe I need t-shirt let's see how the price is freaking back door somewhere in the bazaar I will never find out how to get out you don't see this is nice merhaba it's like boutique nice that's good nice quality Louis V super good bro nice looks almost like original I have dog for you oh you have also like autograph I don't sell this is my football player for me gift ah okay so nice what kind of football player is it Antalya sport jacket this is Michael Jackson it's leather jacket for fully playing ah yeah he made for Michael Jackson I think Michael Jackson style yeah I think so you want to try it no I just take a look what kind of you have okay but this is not leather this leather this leather this leather is real leather nah come on I like that one really Louis Vuitton you like Louis Vuitton you touching yeah I like Louis Vuitton you touching is real leather yeah this might be real leather yeah but this is uh not real I guess no really oh look at this we have all the football players or who is this famous people yeah I see every people coming here we have here we have here this is your brother right yeah this is your brother okay okay look that one is my brother nice and all the t-shirts so cool that's nice this Turkish player yeah everything coming here really yeah I ship really good I have so many look he's really famous your brother yeah yeah in your shop so cool super star super star super star really good yeah but i think i need this for my home kalashnikov Louis Vuitton edition the godfather that's so cool so friends i think we have a lot of memories from the big bazaar I think we have had a lot of memories hectic chaotic but also many cool people I have to say they have always been greeted with a cup of coffee that can't say anything and i would say i will end the video here in my mouth oh my god i don't know where to go and we will see next time hi bye how much is pomegranate juice granate how much granate how much granate medium 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 80 80 yeah what is what is what is what is okay scaring me i called him ah okay i called him him yes leute übelst lecker end das video mit einem antiken plastik strohhalm und ein granate apfelsaft Abla büro 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 Gel abla gel gel gel